Und kümmert euch erstmal nicht um den Hund. Und geht durch. Ihr bleibt da. Einmal noch durch. Das machen wir immer zweimal. Okay. In die Mitte bitte, Erol. Großer Kreis. Thomas, war es okay? Ja, freundlich. Okay. Alle zum Hund. Okay, sehr gut. Das heißt, bis jetzt war der Herder und der Bulli von der Gruppe und Kreis am besten. Damit ihr so ein bisschen den Unterschied seht. Jetzt sind wir... Ich wollte gerade sagen, wenn du das Ding auch mal anfasst, macht mich das auch nervös. Ich wollte gerade sagen, wieso hat der Plane? Fragen auf Kopfhör. Das ist der Trick, darum geht's. Okay, in den Schatten. Plane. Ich fang von da an. Probiert noch ein Minimal weniger rüber zu ziehen. Also das Blöde ist ja immer, wir müssen eigentlich mal eine Plane bauen, wo unten zwei, drei Steinchen reinhängen. Das ist ein bisschen mehr... Also er soll sich... Ich öffne, ich hab's für die noch Magneten mit. Da kommt mal hier unten eine Magnete mit. Ja, das ist egal. Das ist irgendwie auch für die anderen. Aber so von der Art ist gar nicht so hoch. Ja, so wär perfekt. Dass sie dann auch... Der Hund ist klein. Auft, auft. Nochmal durch. Nochmal durch. Kannst du sagen, ey. Ich bin da fast durchgekommen durch. Wie so ein Brett vorm Kopf. Okay. Freunde, weil wir es jetzt auch gleichzeitig als Ziel zum drüberlaufen benutzen. Das ist auch immer schön. Okay, danke. Green. Green. Green! Yaign!!! Green! 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 Das war's für heute. Er hat den Biss aber auch nicht ganz... Der Biss war auch voll. Spitz, ja. Ja, er ist gut! Ja! Ich bin schon geplatzt!